Gepriesen sei unser mächtiger Schöpfer, Herr und Erlöser, Jesus Christus, für immer und ewig. Ihnen gebührt alle Ehre, alles Lob und alle Dank. Amen. Gnade und Friede sei mit euch, geliebte Geschwister, in Christus Jesus. Es ist nicht erstaunlich, dass wir, die wir in Christus sind, in völligen Frieden leben und haben, während die Welt um uns herum buchstäblich auseinanderfällt? Tja, die Zeit ist knapp. Wir als Christen sehen alle den Aufstieg des Antichristen und wie der Weltbühne auf seiner Schein vorbereitet wird. Es geht darum, die Vollzeit die Heiden einzubringen, bevor der Trübsal beginnt. Römer 11, 25 Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist Wenn wir unter anderen sind, die noch nicht zu Jesus gehören, allein unsere Anwesenheit als geretteter Christ reicht aus, um die Aufmerksamkeit eines Menschen auf sich zu ziehen. Es liegt daran, dass sie spüren, dass bei uns etwas anderes ist. Es liegt daran, dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir in vollkommener Frieden sind. Ganz zu schweigen von der glückseligen Hoffnung, die wir in Jesus haben. Titel 2, 13 Römer 5, 1 und 2 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben aus Zugang erlangt haben, zu der Gnade, in der wir stehen, und wir ruhen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Titel 2, 13 In dem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns vor alle Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Die sollst du lehren und mit allen Nachdruck ermahnen uns zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Jesus sagt uns immer wieder, euer Herz erschrecke nicht. Johannes 14, 1 Und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Geschwister. Ich war eine Weile still, weil ich eine Pause von den Sozialmedien brauchte, was mir Frieden gebracht hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, in die Welt hinauszugehen und mit dem Verlorenen zu sprechen. Ich habe wieder aus Neue festgestellt, dass wir, die den Heiligen Geist haben, den Geist überall mit uns tragen, wo auch immer wir hingehen. Und allein den Geist Gottes in uns zu haben, reicht aus, um Menschen neugierig zu machen, auch ohne ein Wort über unsere Herr und Erlöser Jesus Christus zu erwähnen. Schauen wir uns Epheser 1, 13 und 14 an. In ihnen seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt, in ihnen seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Mir ist aufgefallen, dass wenn ein verlorener Mensch mit einem geretteten Christen zusammensitzt, der ganze Raum vom Gottgeist Gottes gefüllt wird. Und egal, wie gefährlich die Situation auch werden kann, die Menschen hören uns zu, wenn wir sprechen und Gott beschützt uns dabei. Nun, ich wurde beschimpft, verspottet und ausgelacht, aber ich habe so manche Samen gepflanzt. Und ich weiß genau, dass ein anderer kommen wird und diese Samen bewässern wird, was dazu führen wird, dass diese Samen wachsen und gedeihen. Wie das für uns als Botschafter Jesus Christus aussieht, schrieb Paulus an die Korinther. 3, nehmen wir es bei 5 auf. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welche pflanzt, noch der, welche begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welche pflanzt, und der, welche begießt, sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. In diesem Video werden wir uns mit der unmessbaren Gnade Gottes befassen, also lasst uns darauf eingehen. Paulus offenbarte, dass der Gläubige in Christus in der Gnade und nicht im Gesetz agiert. Paulus begann jeden Brief mit einem Gnadengrüß, um die Gläubigen seines Evangeliums an diese neue Beziehung zu erinnern. Kein Wort kennzeichnet Paulus Dienst klarer als das Wort Gnade. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet Gunst. Gott gibt uns, was wir nicht verdienen. Wenn jemand Gottes Gnade empfängt, indem er an das Evangelium glaubt, was ist, 1. Korinther 15, 1-4, beginnt Gott sein Verwandlungswerk, um uns zu befähigen, Gott zu lieben und nach seiner Gerechtigkeit zu streben. Wir empfangen den Heiligen Geist. Gottes Ziel ist es, dass jeder Gläubige verwandelt wird und dem Bild Christi entspricht. Sehen wir Philipper 1, 6 gleich. Paulus war der Inbegriff der Gnade Gottes. So, Philipper Kapitel 1, nimm mir es bei 3 auf. Ich danke meinem Gott, suftig an euch Gedenke, in denen ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitten tue, wegen eurer Gemeinschaft und Evangelium von ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welche in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch alle denke, weil ich euch in mein Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und der Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt, an der was? An der Gnade. Vor seiner Bekehrung setzte Paulus alle seine Macht ein, um diejenigen zu vernichten, die an Jesus von Nazareth als dem Messias glaubten. Doch Gott vernichtete Paulus nicht, er rettete ihn. Von diesem Moment an wurde Paulus zum bedeutendsten Jünger seiner Erlösers, Jesus Christus, in der Welt. Schauen wir uns 1. Timotheus 1 an. So, 1. Timotheus 1, nehmen wir es bei 12 auf. Und darum danke ich den, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unseren Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und der Gnade unseres Herrn wurde über allermassen groß samt den Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in der Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Paulus, Apostel der Heiden, Römer 11, 13, nicht Petrus, nicht die Zwölf, offenbarte, dass Christen nicht dem Gesetz des Moses, sondern der Gnade unterliegen. Schauen wir uns jetzt Römer 6, 14, 7, 2-6 und 8, 2-4. So, beginnen wir bei Römer 8, fangen wir am 2 an. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde, also das Gesetz des Moses, und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Wie tat Gott das? Indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt, wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und um die Sünde im Fleisch verurteilte. Warum? Damit die von Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Gehen wir jetzt zu Römer 7, fangen wir am 5 an. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkte in unseren Gliedern die Leidenschaft der Sünden, die durch das Gesetz sind, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von Gesetz frei geworden, da wir den gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen. dienen, Entschuldigung, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Welche Buchstabens? Das Gesetz des Moses. Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, das Gesetz Moses, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern was? Unter der Gnade. Nur Paulus offenbarte, dass der Mensch allein durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Er offenbarte, dass Christus das Ende oder Ziel des museischen Gesetzes ist. Römer Kapitel 3, ähm, nimm es bei 27 auf. Wo bleibt nun das Ruhm? Es ist ausgeschlossen, durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur ein Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich, auch der Heiden. Kein anderer Verfasser der Heiligen Schrift offenbarte diese Dinge. Die sind alle Teil des Geheimnisses, das der aufgeschiedene Herr den großen Apostel Paulus offenbarte. Hefeser 2, 8 und 9 Denn aus was? Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, also keine Werke. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemanden sich ruhm. Ähm, geben wir zurück so Römer. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil, warum? Weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der was? Der Gnade. Niemand kommt wegen der Sünde in die Hölle. Seht ihr, Jesus hat bereits für die Sünde der ganzen Welt bezahlt. Wegen des Unglaubens kommen die Menschen in die Hölle. Keine Rituale, kein Kirchenbesuch, kein Versuch nicht zu sündigen, kein Maß an Reue, keine gute Taten, kein Taufen, kein Sabbat halten, was jüdisch ist, kein Maß an Geben wird jemand in den Himmel bringen. Es ist allein der Glaube. Aber Glaube an was? Schauen wir uns Römer 3 an, um es herauszufinden und dann werden wir das Evangelium der Gnade lesen, das Jesus Paulus für uns Heiden gegeben hat. Was ist? 1. Korinther 15, 1 durch 4. So, Römer 3 nehmen wir es bei 21 auf. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch was? Durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die was? Die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch was? Durch seine Gnade, aufgrund was? Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Söhneopfer bestimmt, das wirksam wird, durch was? Durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Glauben an sein Blut wird der Gerechtigkeit Gottes wirksam und nicht, nicht durch das Gesetz. Gehen wir zu unserem Evangelium der Gnade. 1. Korinther 15, 1 durch 4 Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hattet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus vor unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. So, zum Abschluss gehen wir zu einem meiner Lieblingsstellen, Römer 8. Beginnen wir bei 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, das auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder bloße Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinet Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlagsschafe sind wir geachtet. Aber in allen überwinden wir weit durch den, was der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben wieder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten wieder Gegenwärtiges noch Zukunftiges wieder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich muss betonen, wie einfach die Erlösung ist und wie wichtig es ist, dass wir nicht auf uns selbst oder die Dinge vertrauen, die wir tun, um gerettet zu werden. Unsere Glaube rechtfertigt uns. Niemals unsere Werke. Liebe euch alle im Herrn, Ruhe in eurem Glauben an Jesus. Er hat alles bezahlt. 2 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 17 Vielen Dank.